So Leute, Lippen sind eingecremt, es kann losgehen. Kreuzzug 75 hier auf eurem Lieblingskanal, Hanno Uncut. Wir haben hier die Besonderheit, dass die Computer Firsten mit 40.000 Gold starten. Das ist recht viel. Und beide KIs sind doch relativ aggressive. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das so entwickelt, dass Vazir sehr viel Stress macht und Nazir sich in Ruhe aufbaut und dann mit 10 Millionen Möchenmördern angreift. Ich habe den Patch nochmal neu installiert und ein paar Anpassungen zusätzlich auf Grundlage eures Feedbacks, gerade Haxhülze hatte beim letzten Video einmal kommentiert, nochmal vorgenommen. Zum einen, die Angriffe, die waren ja immer gleich. Deswegen war es am Anfang schwer, aber wenn man sich dann erstmal gesammelt hatte und die Abwehr stand, brauchte man sich keine Gedanken mehr machen. Wir werden jetzt die Angriffe mit einem Faktor von 0,5, die werden jetzt immer stärker. Ich habe keine Ahnung, wie sich das auswirkt. In der Praxis kann die ganze Sache natürlich, also es wird dadurch schwerer. Hat vielleicht aber auch zur Folge, dass es am Ende nicht so easy mehr ist und nur noch so warten, weißt du? Gleichzeitig, die KI-Leute, die reißen jetzt nicht mehr ihre Gebäude ab. Und noch irgendwas, legen nicht mehr schlafen oder so, genau, das habe ich mal ausgemacht. Gut, aber ansonsten, ich glaube, die Mission wird tatsächlich relativ easy, weil ich jeden Rohstoff habe, außer Stein, glaube ich. Wir gehen nochmal kurz rein und drücken P. Doch, Stein habe ich auch. Also, wir sind auf einer Klippe, das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, Wassergräben zu ziehen. Oh, oh, oh. Also, ich glaube, das Problem wird hier eher, werden hier eher die Mäuche mörder. Bedeutet, ich brauche einfach eine richtig krasse Eco, um dann Mönche immer zu pumpen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, ich glaube, ich werde, ich werde eine Burg bauen. Boah, wie viel Holz habe ich denn? 150. Ich glaube, die Holzfäller, guck mal, hier ist noch so viel Wald im Norden. Ich werde hier erstmal richtig viel Holzfäller spammen, die alles abroten. Und einen Steinbruch schon mal. Bei Stein haben wir 150, da brauchen wir ASAP mehr. So schnell wie geht, damit Nasir kein Problem wird. Ich werde, glaube ich, hier die Mauer ziehen. Also knapp über den Berg Burgfried. Aber so, dass das... Wobei, das Eisen ist scheißegal. Okay, dann machen wir es anders. Also wir machen es so. Dann haben wir zwei grüne Flächen für Hopfen und... Ich überlege gerade, wie dann... Dann haben wir zu wenig Platz. Auch für Kathedrale und so Bäckereien und so. Ich meine, wir könnten auch erstmal Äpfel spammen. Aber dann brauchen wir eigentlich mehr Grünfläche. Okay, wir machen einfach mal. Ja, erstmal wieder kurz reinfinden. Ja, okay, gut. Abfahrt. Äh, ich baue mal nach Süden. Ich glaube, das ist ganz cool. So. Dann einen Kornspeicher. Zwei. So, und jetzt machen wir einen so. Einen so. Und hiervon einfach ganz viele. Jetzt haben wir noch immer noch ordentlich Holz tatsächlich. Das heißt, wir machen das so eins. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Die quetschen wir hier hin. Geht das schon? Ja, ich muss jetzt gucken, ne? Guck mal hier. Zack. Zwei. Mühle. Und schon mal zwei Bäcker. Das wird sich alles hier noch ändern. Eins, zwei, drei, vier, so. So. Top. Die Wette gilt. Okay. Gut, jetzt fangen wir an, die Burg zu ziehen. Die, ne, Mauer. Wir könnten das so machen. Ja, machen wir auch. Oh, da gehen sehr viele Steine drauf. Bin ich early, bird? Okay. Aber, dann ist das halt so, ja? Gucke mal. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Vielleicht so. Und dann. Ja. So. Top. Diese Ansage ist natürlich super. Jetzt brauchen wir noch ein Torhaus, ein kleines. Können wir hier oben machen. Ne, wir machen eins hier unten und eins oben dann. So. So, jetzt haben wir Holz. Dann machen wir... Guck mal, hier. Ne, der muss erstmal weggemacht werden. Okay. Aber ich glaube, es reichen auch erstmal zwei... Ähm... Zwei Dingensbummens, ne? Weizenfelder, Amener. So. Ähm... Was machen wir jetzt mit dem Holz? Schnell, schnell, schnell. Ich brauche jetzt erstmal genau die Kathedrale. Uiuiui. Ist ein bisschen zeitlich eng alles, glaube ich. So. Dann... Wir machen mir relativ Wurst. Eins. Der ist weg. Das ist gut. Ähm... Drei... Ne, eins hatten wir gesagt. Reicht, ne? Oder... Wir machen mal zwei. Und dann machen wir jetzt hier einfach irgendwo, wo die überhaupt nicht stören, die Kneipen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Eine. Machen wir mal zwei. So. Ich hoffe, die werden nicht angegriffen. So. Jetzt... Machen wir die Kleinmauern. Damit... Nasir hier keine Scheiße baut. So. Jetzt haben wir immer noch gut Stein. Jetzt... Setzen wir hier Türme. Weil aus der Richtung kommen ungefähr... Die Leute. So. Okay. Top. So. Jetzt... Er hier. Ah, ich hab vergessen, den Klicker wieder anzumachen. Scheiße. Das ist natürlich, äh... Ein bisschen problematisch. Okay, aber wird gehen. Zack. So. Mehr Steine, mehr Gut. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Mehr Steine, mehr Gut. Ähm... Jetzt können wir nochmal... Ein Hopfendingens vielleicht machen. Irgendwo. Oh, da wird schon geschossen. Leute, der kommt einfach schon. Warum kommt er schon? Ist der Jack? Der kommt schon! Okay. Eure Befehle? Es leckt. Hä? Das gab's noch nie. So. Ich will nicht einmal in Gold... Okay, wir machen mal zwei Stück. Ja, zwei so eine Jungs. Das reicht. So, eine Waffenkammer. Und... Wir bemütigen Stein. Bisschen Stein gleich. So. Wir erhöhen mal... Gold. Machen einen runter. So. Hiervon noch eins. Wer glaube ich? Ganz gut. So. Machen wir zweifach. Das ist die Zeit gekommen. Das Volk holt nicht Gold vor allem. Wachsen stetig sein. Balliste, gehen unser Bestes. Balliste, bereit, my love. Okay, macht mal genau. Geht mal die an. Der Herr ist allgemein. Ja. Das ist natürlich... Schwierig. Weil, äh... Also ich bräuchte mehr Türme mit mehr Ballisten. Glaube ich einfach. Ich glaube, das wäre so das Goal. Ähm... Wollt ihr die nochmal weiter abschießen? Wobei, ne, ich spare die. Das kriegen die schon hin. Alles gut. So. Äh, tatsächlich könnten wir das da noch machen. Euer Gnaden. Ihr könnt auf uns zählen. Dieses Gerät rauchen wir mehr, Baumeister. Dann vielleicht so. Lol, da kommen Menschen... Der schickt welche mit? Krass. Die sollen mal kommen. Wollt ihr nicht die wegmachen? Das wäre echt klasse. So. Ähm... Wieso kann ich keine Bogenschützen rekrutieren? Okay. Damit die nicht so viel Schaden irgendwie anrichten können... ...wär das, glaube ich, noch ganz gut. Okay. Ach, scheiße. Jetzt sind da Bogenschützen draufgegangen. Shit. Okay, da kommen noch mehr durch. Okay, ich muss einmal kurz den Clicker anmachen. Sonst habe ich ein Problem. Dann mache ich mal wieder fünf. Sorry, Leute. Das vergesse ich einfach immer. Ne, warte. Ich muss das Fenster minimieren. Sonst flackert das die ganze Zeit durch. Okay. Ich muss jetzt schon ein bisschen Try an. Und vielleicht mal kurz auch den Kopf ordnen. Ähm... Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also wir haben halt nicht unendlich Gold. Ist hier flackert schon. Ist hier friendless. Das ist immer doof, wenn man raustappt. Was sind die nächsten Schritte? Eigentlich einfach mehr Türme und mehr Ballisten. Vielleicht nach vorne bauen? Weil da können die ja nicht hochklettern. Hm. Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten jetzt Mönches Spam. Wir haben sehr viel Holz. Können überlegen, ob wir Bogenschütze... Bogenschützen irgendwie eine kritische Masse hinkriegen. Die Frage ist, wie knacken wir auf die Gegner, ne? Da müssen wir auch dran denken. Vielleicht stellen wir vorne einfach auch wieder kritische Masse an Ballisten her. Das wäre vielleicht ganz gut. So. Machen wir jetzt nochmal... Okay, scheiße. Das ist ein Problem. Shit. Shit. Ach du Kacke. Kein Gold. Ach du Kacke. Das ist natürlich schwierig. Scheiße, Bruder. Gar nicht gut, ne? Rückgrößter Herrscher. Auch nicht gut. Jetzt kommt schon der nächste Angriff, wa? Kann der mal verbrennen? Dass ich da jetzt was bauen kann? Das ist ja ne Frechheit. Hallo. Ja. Sehr gut. Jetzt stürzen hier die Häuser ein. Alle... Alle weg. Alles... Alles weg. Das war's. Das war's. Wie der mich genommen hat. Das ist ja ne Frechheit. Wie schnell er alles abbrennt einfach. Wisst ihr, wie ich mein? Ist doch nicht deren Ernest. Ich mach jetzt erstmal gar nichts. Lass dir jetzt erstmal alle löschen. Scheiße. Alle... Alle Dudes hier. Weg. Abgebrannt. Mist. Scheiße. Das war so viel Gold. Was jetzt auch weg ist. Och man, ey. Oh, mehr, mehr. Aber jetzt haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht? Warum kann ich keine Mönche bauen? Ihr habt nicht genug Gold. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Hallo? Kann ich nicht? Warum nicht? Achso, weil der Gegner sind. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Was passiert hier? Warum stürzt das einfach ein? Das sind solche Mörder dahin. Diese Frechdachse. Guckt ihr das an. Wie viele das sind. Ne, ihr bleibt hier hin. Ihr schießt auf den Eingang, falls die vorrücken. Ich habe kein Gold. Also, der Brand eben, der war es halt, ne? Muss man sagen. Wir geben unser Bestes. Kein Gold. Jetzt. Kein Gold. Jetzt. Und hier kommt schon die Kavallerie. Wie viel Gold hatten die noch? Alter. Weil sie hatte noch die Hälfte. Uff. Okay. Das ist tough. Ja gut, das mit dem Brand war jetzt dumm. Sonst hätte ich weiter Mönche spammen können. Ich glaube, was ich jetzt anders machen würde, ich würde tatsächlich draußen wieder richtig viele Ballisten hinstellen. Weil dann gehen die berittenen Bogenschützen richtig schnell down. Die Schwertboys sind weniger ein Problem. Und dann kann ich draußen auch richtig viel Mönche parken, um dann auch die Mönchermörder zu clear. Aber ansonsten war das, glaube ich, schon ganz gut. Bin ich ehrlich. Okay. Also, so will ich nicht anfangen. Weigere ich mich. So. Uno. Dos. Tres. Dann machen wir die mal hier so hin. Richtig schön nah. So. So. Dann machen wir mal direkt mal zwei. Dann machen wir hier welche hin. Jetzt schnell ihn hier. Eins. Guck mal, hier zwei. Eine Mühle. Und zwei Bäcker. Alter. Riecht gut hier. Zack. Nee. Oh. Da noch eigentlich Lager. Okay. Kriegen wir auch alles hin. Dann machen wir einfach nach oben noch eins hin. So. Jetzt. Machen wir ähnlich. Wir machen das sehr ähnlich wie eben. So. Und so. Der Bergfried ist komplett. So. So. Ich muss jetzt ein bisschen tryhren. Ich habe das Gefühl, ich muss schwitzen. Bin ich early. Wir machen jetzt hier kein scheiß Tor. Torhaus hin. Weil. Wir spammen hier einfach richtig hart die Turrets. Wisst ihr, wie ich mein? So halt. Dann immer zickzack. So. Und äh. Torhaus brauche ich erstmal noch nicht. Okay. Kathedrale. Mach ich am besten hinten hin. Oder hier so. Oder hier. Ja hier, oder? Ja. So ist gut. Okay. Das ist keine Arbeit, Sire. Ein paar Leute hier noch. Nee, da müssen wir törmeln. Dann hier. Okay. Ähm. Dann gerne noch so ein Häuschen. So. Zwei hiervon. Ähm. Und das machen wir hier rein. Denke ich. Genau. Ähm. Am besten echt irgendwie. Ja hier. Guck mal. Da kann ich eh nicht. So. Gut. Dann gerne noch so ein hier. So ein Oschi. Dann habe ich drei. Das reicht. So. Und ab jetzt Bäckereien. Ähm. So. Ach das sind normale Häuser, ne? Die Holzvorräte sind zu knapp. Die Holzvorräte sind zu knapp. So. Jetzt. Schnell, schnell, schnell. So ein Gerät hier. Ne. Wo sind die da? Wir benötigen Holz. Ey. Okay. Na gut. Dann kann ich aber schon mal die hier machen. Kommt der schon? So. Wie ist es mit die Steine? Zwei noch? Komm Holz. Schnell. So jetzt bin ich aber. Jetzt habe ich einen Plan. Ihr merkt es, ne? Ich habe einen Plan. So. Äh. Steuern. Boah. Immer noch alles. Krass. Bier aus Schang schon heftig oder was? Euer Gnaden. Müssen wir mal gucken, wie sich das mit der Nahrung entwickelt. So. Da können wir schon mal ein paar pre-pumpen. Sag ich immer gerne. Holz. Los. Da kommt's. Genau. Ähm. Ein Türchen brauchen wir aber irgendwo. Damit die da hoch können. So. Da können wir aber noch mehr machen. So. Mit denen machen wir jetzt alle. Machen wir schöne Ballisten. Hier machen wir noch ein Türmschel hin. Zack. Oh, der war ein bisschen schief, oder? Nee. Ja, doch. Nee. Geht. So. So machen wir immer weiter. Die rennen, ne? Sehr gut. Wie können wir helfen? Da wird schon geschossen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Und der Rest muss ich in Mönche. Ab jetzt Mönche pumpen. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann noch mehr Bäcker. Scheiß drauf. Einfach wo Platz ist. Provisorisch. Können wir später noch strukturieren. Ist mir egal. Ähm. Ja, da können wir auch übers Feld gehen. Das passt. Sehr gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ihr nach draußen. Vielleicht noch hier oben. So. Jetzt haben wir kein Gold mehr. Wir haben aber richtig viel Holz. Wir haben viel Holz. Was machen wir mit dem Holz? Wir können Bögen herstellen. Aber da ist halt sehr viel Gold. Was dabei drauf geht. Das ist halt sehr schön. Ich brauche mehr Steine einfach. Genau. Massen an Stein. Das passt. Alles cool. Ähm. Machen wir hier noch eins. Zack. So. Jetzt muss ich ein bisschen das Lager auch beobachten. Also ein Bier haben wir. Mehl haben wir auch noch. Ja, ja. Entspann nicht. Entspann nicht. Jetzt der Despawn. Ist auch egal. Ich mach die weg. Wir geben unser Bestes. Jetzt auf aggressiv. Okay. Okay. Jetzt warten wir einfach auf Steine. Vielleicht die, die gefährlich sind. Ey, die Prio von den Dingern sind so dumm. Oh Gott bless, Alter. Okay. Okay. Dann ein Sohn, Oschi. Was meint ihr? Ja, oder? Vielleicht zwei. Wir benötigen mehr Gold. Ja, wir müssen auch die Mönche im Hintergrund behalten. Okay. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Beliebtheit kracht halt gerade ein. Warum auch immer. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Das Volk liebt bei euch. Plus zwei. Ich mach mal sicherheitshalber schon mal einen Brunnen. Man weiß nie, was passiert, ne? Aber kostet auch. Ist halt auch ein Invest. Okay, wir haben richtig viel Holz. Was machen wir mit dem Holz, Leute? Vielleicht noch ein, zwei Hütten? Ich meine, dann brauchen wir mehr Nahrung. Aber wir können auch schneller produzieren, die Leute. Du stehst ein bisschen weit vorne. So, wir haben ein wenig Gold vor der Hütte. So. Okay. Ich glaube, das ist ganz gut alles. Gold knallt. Oh, lol. Da kommen manche Mörder. Okay. Hier muss ich immer welche parken. Das ist problematisch. Oder? Türme, Türme, Türme. Entspann dich, Nasir. Ja, entspann dich. Es wird alles gut, solange du wild bist. So. Okay. Cool, cool, cool. Es ist alles in Ordnung. Wir machen ein bisschen runter. Wir brauchen jetzt mal 100 Beliebtheit wieder, bitte. Ähm. So. Die gehen da hin. So, ab jetzt spammen wir einfach Ballisten des Todes. Und dann, wenn ich eine Vormachtposition habe und die kein Geld mehr, dann rücke ich langsam vor. Auch wenn natürlich deren Angriffe jetzt immer stärker werden. Eventuell kann ich aber auch Ritter ansparen. Ich glaube, das mache ich auch. Wobei, er hat, glaube ich, Feuerzeug. Und bei ihm ist halt scheiße mit Ritter, weil... Wobei, durchs Haupttor immer. Und dann ein bisschen Slalom rennen. Na gut. Können wir auch wieder mit Katapulten ein bisschen Action machen, ne? So, genau. Guck mal. Machen wir alles aggressive. Lass die kommen. Lass die gerne kommen. Warum schießt ihr nicht? Bereit, Milo. Die Wunderwunsch zählt. Hm. Okay. Gut. Mehr Mönche. Da parken wir die einfach jetzt immer. Angriff abgewehrt. Ich meine, die kosten so viel Gold, ne? Was kosten die? 70 Gold? Meine Mönche kosten 10. Das heißt, auf lange Sicht, wenn... Er greift ja nur mit Mönchen... Äh, äh, schön wär's. Er greift ja nur mit Mönchemördern an. So, jetzt können wir Beliebtheit wieder reduzieren. Wie ist mit der Nahrung? Richtig gut, richtig gut. Ah, guck mal, das ist so gut. Wenn das so das ganze Game läuft, richtig nice. So, übrigens. Holzhütten... Ich würde jetzt die Holzfällerlager mal repositionieren, sobald die abgeliefert haben. Genau. Ähm. Also, wenn die leer sind, ja? Ich will da wirklich nicht viel verschwenden. So, hier nochmal ein paar. Zack. Das ist so gut. Das ist so schön. Oh, da kommt ne Feuerballiste. Ist natürlich ärgerlich. Gebt uns eine Aufgabe. Eine trägliche Auferlust. Wir benötigen Gold. Gut. So, habt ihr abgeliefert? Ihr zwei? So viel Holz, ne? Scheiße. So. Kommt die... Ach, scheiße. Scheiß drauf. Ich kann jetzt nicht lange warten. Das geht nicht. Geht nicht. Hier machen wir die. Nee, da kommt, äh... Da machen wir die hier hin. Lassen. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das ist voll, mein Lord. Das ist natürlich ärgerlich. Und ich hab vergessene Waffenkammer zu bauen. Auch gut. Kapi? Guck mal, da kommen die Holzfäller. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Waffenkammer. Schnell. Machen wir... Machen wir hier hin. Machen wir mal zwei. Wer weiß, was noch passiert. So. Machen wir drei. So, dann machen wir hier den. Meine Krieger haben mich im Stich gelassen. Das ist richtig. So. Mehr Türme. Gerne vielleicht auch oben, damit die irgendwie die... Ah, das... Warte. Das kann man ändern. Sehr gut. Oder? Hier noch eh nachhin. Das glaube ich auch ganz gut. Guck mal. I knew it. So. Gerne mehr Mönche. Eure Gnaden. Es werden Rekruten gelten. Und ich sage... Wie du nicht helfen. Mit Gott, der Herr uns zählt. Hier steht zu euch. Hier wir uns. So. Ein, zwei. Wie können wir... Ein, zwei. Okay. Cool, cool, cool. Alles cool, alles cool. Alles fresh, 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 fresh. Ja. Eure Gnaden. Gerne auch Bogenschützen, ne? So. Hm. A, I, U. So, wir haben Gold. Das gefällt mir. Es läuft, es läuft. Übrigens, die gefixsten Burgen, muss man sagen, funktionieren einmal frei. Hier haben sie aber auch sehr viel Platz. Muss man auch sagen. So. Ja, stimmt. Irgendwann kommt der vielleicht auch mit Sklaven. Aber da wird nicht viel leiden. Hm. Ach ja. Die Nummer. Zack, zack, zack. Drei, vier, so. Genau. Gerne mehr Türme noch. Mehr ist mehr. Das ist die Devise. Feuer Gnade. Belagerungsgeräte bemannt. Konstruieren Belagerungsgeräte. Feuer Gnade. Okay, läuft. Gesund, äh, Beliebtheit. Gesundheit. Bier 6. Warte mal, das ist nicht Cap. Cap ist 8. Ähm. Ich hab zwei, ich hab genug Biere. Dann muss ich jetzt einfach, wie viel Bevölkerung habe ich? 74. Dann wird jetzt noch mehr geschlürft. Am besten so, dass sie irgendwie nicht nerven. Guck mal, wie die Besoffenen da reingepresst sind. Ehre. Okay. Eventuell würde eine Hopfenfarm reichen. Ich habe aber nicht genug Mehl. Ich brauch nur ne, ich brauch nur ne Mühle. Wahrscheinlich, oder? Die schwarzen Mönche sind bereit. Vielleicht auch nicht. Können die Damen sich da bitte fortbewegen? Wir können das nicht doch verarschieren, mein Ort. So. Sechse. Sehr gut. Ah, die Burg wird, ne? Die wird. So. Okay. Jetzt müssen wir langsam offensiv denken, denke ich. Ob der Verstand wegen Denken und Denke ich. Das war ganz witzig. So. Okay. Wie werden wir jetzt... Also, die nächste Angriffswelle von Nasir wird insane. Wir dürfen uns jetzt nicht zu safe fühlen, weil... Viele Meuchemörder ist safe loose. Wie eben. Man darf das nie unterschätzen. Deswegen ist der so gefährlich. Ist jetzt hier sein Problem? Zack. Okay. Das heißt, immer Mönche pumpen, wenn geht. Zack. Mehr ist mehr. Das sag ich immer. So. Vielleicht auch hier oben, weil dann... Hier kommen die ja eh Initiativ. Ja. Das wäre generell mal was, dass wir die hier oben hinfahrten. So. Das glaube ich ganz gut. So. Nummer vier. Das sind schon... Das ist schon ordentlich. So. Dafür habe ich richtig viel Ballisten. Das ist alles nice. Gerade wenn hier reingeböllert wird. Die schießen gerade nur auf die Holzfäller. Das ist kein Problem. Alter, wie die Mönche hier lang sprinten. Wo rennen die hin? Das Problem ist natürlich, dass sie jetzt tatsächlich die Mönche ganz schön dezimieren. Weiß ich jetzt nicht, was das soll. Hat leider auch keine Zinnen. Ach, der packt die da dann auch noch. Okay. Na gut. Am Ende müssen die das vor allem wissen, ne? Vielleicht ein, zwei Schilde da hoch. Okay. Wir können natürlich auch richtig Bogenschützen spammen. Das glaube ich nicht. Am Tor? Wie ist der denn da hingesneakt? Wie ist der da hingesneakt? Unfassbar. Könnte ich einen Graben vor das Tor machen? Könnte ich einen Graben vor das Tor machen? Oder muss der da weg? Ach nee. Ich habe ja gar kein Wasser hier. Okay. Na, sie greift an. Jetzt geht es nochmal richtig ab, Freunde. Jetzt geht es nochmal ab. So. Aber Nahrung haben wir ja mehr als genug, ne? Ja. So. Beliebtheit durch... Plus zwei. Wie haben wir plus acht? Sehr gut. Das lassen wir jetzt einfach so. Die sind gar kein Problem. Ähm. Wir können jetzt natürlich noch mehr Türme machen. Wir haben nämlich Arschvielstein. Hier noch. Gerne. So. Weil. Wir müssen ja auch daran denken. Das wären immer mehr. Na, haben wir ja eingestellt. Zugriff. Oh, oh, oh. Dickes Ackermatch. Überall. Gerne hier oben Feuer konzentrieren. Leute. Hier sind Gegner. Guck mal, hier stehen Möchenmörder rum. Unfassbar. Das sind... Das sind ziemlich viele. Das sind... Siehst du, ich hab zu wenig Mönche. Glaub dir's. Obwohl ich da... Oh Gott. Wie viel Gold hat er? 37. 37 hat er. Scheiße. Was machen die beiden? Äh, die drei da. Die stehen auf den Kleinen. Oder? Was wünscht ihr? Für dieses Gerät... Brauchen wir Zeug, ist Böhr. Belagerungsgeräte bemannt. Irgendwo fehlt einer. Wir können auf uns zählen. Vier. Belagerungsgeräte bemannt. Okay. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt. Ihr steht zu euch. Vergibt mir. Ey, der... Der nervt! Der ist drin! Ich glaube... Ich lasse ihr lang patrouillieren. Hab ich... Man kriegt das noch nicht mit. So richtig, ne? Ich kann das ja auch ein bisschen steuern. Ich brauch die da nicht lang patrouillieren lassen. Ich muss die einfach nur in diesen Trichter hier reinlaufen lassen. So halt, ne? So. Jungs. Hört auf. So. Okay. Mehr Mönche. Ah, das sieht gerade irgendwie... Ist ein bisschen Druck, ne? Ist ein bisschen Druck im Kahn. Ballisten, verreicht mein Lauf. Aber die reiten auch einmal vor, ne? Ist auch dumm. Okay. Hier brennt schon wieder. Ich glaube, ich werd nicht mehr, ne? So, guck mal. Die lenken wir jetzt einfach alle da rein. Weil... Das ist so ein bisschen KI-Austricksen. Ne? Bin ich early. Da können die nicht rüberklettern? Ah, die Ballisten können die ja rüberschießen? Hm. Muss ich mal gucken. So. Wir haben Gold. Guck mal, dann... Tue ich die einfach da hin und dann können die hier die ganze Zeit reinzimmern. Ne? Vielleicht. Weiß ich nicht. Muss man mal beobachten. Okay. Also hiervon hätt ich gern noch ein paar... Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Gut. Boah, Stress. Nächste Welle wird ja noch heftiger. Wir machen nochmal Steuer ein bisschen hoch. Guck mal, da kommt was. Der würde jetzt erst weggemacht. Wobei Nasir ist ja... Schwieriger. Wobei Nasir ist tatsächlich eigentlich einfacher abzuwehren. Weil es halt sehr klar ist, so was kommt. Weißt du, wie ich meine? Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich hab ja ultra viel Bögen. Welle. 22. 22 Bögen. Wir gehen mal hier Rekruten. Das wollt lieben euch mal auf. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Schwinden. Ja, ein, zwei Bäcker vielleicht noch. Dann sollte das Problem behoben sein. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. So. Das sollte reichen. Gut. Geil. Richtig viel Bögenschütze. Oh, das ist so juicy, wenn die da so kommen, ey. Nice. Okay. So. Jetzt müssen wir langsam überlegen, wie wir die Wände bringen. Ich meine, wir können Eisen abbauen. Ich glaube, das... Ja, das ist ein guter Ansatz. Wir bauen mal Eisen ab. Weil wir bauen hier sehr mächtige Angriffe. Ich muss quasi... Weil nur Ballisten... Wobei, ich habe ja ultra viel Stein. Nein, ich könnte einfach Ballisten und Katapulte spammen. Da ist nur das Problem. Da ist nur das Problem. Ich brauche halt auf einmal richtig viel... Ich brauche halt super viel Mönche immer für die Defense. Wobei, können wir noch mal gucken. Aber tendenziell schon. Wobei München kostet nichts. Es ist scheißegal, ne? Es werden Rekruten... So. Ja, dann... Machen wir das so. Pass mal auf. Warum ist ja jetzt nur eine? Nice. Was wünscht ihr? Wir benötigen Gold. Okay, also... Wir... ...haben elf Ballisten. Und jetzt werde ich... ...parallel zu den Mönchen, die ich pumpe... ...und Bogenschützen, mit denen ich hier die Türme fülle... ...werde ich... ...nach und nach... ...Katapulte bauen. Wie kann ich helfen? Denke ich. Sind auf dem Weg! Ja. Ich kann hier theoretisch die Mauern auch noch voll machen mit Bogenschützen. Theoretisch. Aber dann habe ich nicht so viel Mönche. Aber das ist schon krass. Ja. So. Ähm... Sicherheitshalber... Wie viel Holz habe ich? Sehr viel, ne? Komm. Sicherheitshalber... ...weil ich es kann. Und weil mich das nervt, wenn das passiert. Hau ich hier noch... ...Traps hin. So. Das ist, glaube ich, auch eine feine Sache. Und dann... Ähm... ...geht das. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Alles cool. Alles cool. Die Aufnahmen hier von Stronghold gehen halt auch immer so. Ja, ne? Ihr habt nicht genug Gold... Um diese Eindheit. Oh, hier wird geschossen. Okay. Ja, das sind schon ein paar mehr. Wobei, er splittet die diesmal nicht. Das kann nur so aussehen. Das ist so schön, wie viel da drauf gehen, ohne dass du überhaupt erst zum Schuss kommen. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Und das Zeug ist für... Nice. So, Bogenschützen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Seier Gnaden. Geil. Werden einfach schon richtig gelichtet. Weißt du, wie ich mein? Ach, ist das schön. Es ist so korrekt von ihm, dass er sich in Reichweite aufstellt. Auch mit den, äh, Dingstypen. Boah, Alter. Okay, wie viel Gold haben die? Okay. Okay, also Vasiers Gold geht zur Neige. Ist krass, was der Nasir macht. Das ist der so krass. Der hält sich mit dem Gold und kann trotzdem diese Meuchemörderwellen schicken. Das ist halt insane. Würde mich mal interessieren, so beim genauen Hinschauen, wie seine Eko funktioniert. Ich bin zur Stelle. Waffen benötigt sein. Der Herr ist ein Wunschzell. Wir stehen zu euch. So. Eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Konstruieren Belagerungsgeräte. So, und ab jetzt vielleicht ein paar Katapulte, ne? Eine Nachricht von Vasir. Hört, wie die Wüste ruft. Sie singt von eurer Zerstörung. Eure Beliebtheit steigt. Die schießen auf die Schwertkämpfer. Das ist doch nicht der im Scheiß-Arms. Okay, jetzt gehen die low. Sehr gut. Da kommen richtig viele Meuchemörder. Aber die kriegen gut auf den Sack, muss man auch sagen. Aber die Meuchel schmelzen. Äh, die Meuchel. Die Mönche schmelzen. Oh Gott, da kommen immer mehr. Bogenschützen bereit. Okay, die rennen ja auch nach oben. Das heißt, ihr feuert einfach da rein. Alles cool. So. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht. Okay. Ja, gefällt mir gut. Es werden Rekruten benötigt. Haben wir gut. Überstanden. Ich meine, die haben ein bisschen gelitten. Wo? Wo? Über die kleine Mauer? Das geht? Was ist denn bei denen kaputt? Eine Nachricht von Nasir. Seit wann? In der Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. So. Wilde Sache. So. Dann bauen wir hier mal. Zwei geht nicht, schade. Was macht ihr hier? Die Holzfäller. So, Zugriff. Ah, die sind hier natürlich traumhaft, ne? So. Toll. Tolle Sache. Ich habe auch echt einen Arsch voll Steine, ne? So, für die nächste Wette haben wir hier zwölf Bogenschützen. Easy. Da sind ein paar Mönche, warum auch immer. Okay. Wir haben Arschviel Steine auch. Ich dachte, die können das bei kleinen Mauern. Habe ich große gebaut? Ne. Das ist ja wild. Guck mal, gut, dass ich da die Fallen habe. Seit wann kommen die auf kleine Mauern hoch? So, der Holzfäller, der langt da. Wir haben ein Torhaus verloren, mein Lord. Ist das sein Ernst? Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Seier. Das ist ja aber lächerlich. Ich becher mich weg. Es werden Waffen benötigt, Seier. Da, guck dir das an. So, geht doch. Wir stehen zu euch. Okay, das war eine heftige Fuhre. Ich ehrlich. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Waffen benötigt, Seier. Es werden Waffen benötigt, Seier. Okay. Pass auf. Ich sag die ganze Zeit, ich will Katapulte bauen, aber baue doch Ballisten. Das Ding ist, bei dem Angriff, wenn ich hervorrücke, muss ich ja auch ankommende Wellen dagegenhalten können. Deswegen brauche ich, glaube ich, erstmal auch eine gute Menge, eine gute Anzahl an Feuerballisten. Und mit denen kann man immer noch auch guten Laden anzünden, bin ich ehrlich. Hier draußen, das greift dann über. Und natürlich die Jungs hier oben auch alle. Da muss man mal gucken. Okay. Jetzt erstmal wieder Mönchsfutter aufbauen. Okay. Drei Gold. Machen wir nochmal hoch. Zack. Ich koste die 150 und der auch. Okay. So. Gut. Eure Befehle? Rücken aus. Die schwarzen Mönche sind bereit. Er trifft einfach niemanden, ne? Okay. Also, dass die hier vereinzelt und über die kleinen Mauern kommen, das irritiert. Bin ich early. So. Dann machen wir jetzt nochmal Steuern runter. Hier werden Bäume weitergefällt. Ich lasse... Ich lege die mal sleep. So. Wie sieht es denn hier generell aus? Eigentlich gut. Sieht gut aus. Ja. Ein so ein Haus kann, glaube ich, weg für Bier. Ich glaube, das reicht. Ich habe so viel Hopfen hier. Aber Bier haben wir auch genug, ne? Mit diesen Rationen verwöhnt ihr uns wirklich. Ja. Ja, ich weiß. So. Jetzt liefert bitte auch, ja? Theoretisch könnte ich natürlich irgendwie noch mehr Türme quetschen. Auch hier so in die äußeren. Ja, theoretisch schon. Ich meine, die können ja nicht hochklettern. Hier so noch ne... Ja. Ja. I guess. Ja, mein Freund? Okay. Wie kann ich helfen? Oh, da oben kommen sie. Wir werden überfallen. Was soll Kunstregierungsgeräte bemannt? Was wünscht ihr? Euer Gnaden? Euer Gnaden. Es werden Rekruten möglich sein. Dann... Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Nach vorne rücken. In Bewegung. So. Okay. Ja, noch hier hin. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Und... Den noch besitzen. Wir sind der Rekruten-Geräte bemannt. Okay. Wie viel Gold haben sie? Okay. Er hält sich jetzt. Weil sie hält sich jetzt bei 16k. Jetzt kommt nochmal ein fetter Angriff. Wahrscheinlich getimt mit ihm wieder oben. Das heißt, ich muss jetzt nochmal richtig hart Mönche pumpen. Euer Gnaden. So. Und ihr... Ihr patrouilliert hier. Zack. So. Und warum sind da unten ein paar Bogenschütze? Das check ich aber nicht ganz. Das ist halt heftig. Die leiden halt richtig hart jetzt, ne? Ich treffe nicht. Ah doch. Das sind doch dreckige One-Tabs, ne? So. Nein. Ist mir scheißegal, Digga. Nimm Müllbeutel. So. Ich bin ein guter Herrscher. Okay. Wir müssen jetzt hier einen Sack dicht machen. Das ist gar kein Problem mehr hier. Das ist gar kein Problem. Aber man merkt tatsächlich, dass die Angriffe stärker werden, ne? Zwar slow und steady. Aber... Ich meine meine Verteidigung. Ich hab schon Druck. Ich hab viel mehr Druck als sonst. So. Jetzt bin ich gespannt. So. Ein, zwei Leute vorschicken. Damit wir hier ein paar Leute aufdecken. Mal gucken. Können natürlich auch jetzt irgendwie von oben und unten kommen. Ah, da sind sie. Ah, da sind sie. Eine Nachricht von Vasir. Möge die Sonne euer Blut austrocknen und der Wind eure Augen erblinden lassen. So, okay. Schnell nochmal gegenpumpen. Da regnet es Pfeile. Hier aber auch. Überall. Das ist gut. Das ist gut. Guck mal. Da kommt einiges. Aber die lass ich trotzdem mal kommen. Da regnet es jetzt richtig rein. Ach, guck mal. Da oben, ne? Die Schweine. Jawoll. Jawoll. Geil. Sehr gut. Sobald die stehen bleiben, da missen halt so viele Pfeile wegen dieser Anhöhe. Aber sobald die stehen bleiben, keine Chance. Guck dir das an. Komplett weggehagelt. Geil. Ja, gefällt mir gut, Digga. So. Euer Gnaden. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einschalt auszubilden. So. Plus sechs. Ziehen wir wieder schnell an, damit die schneller hier rauskommen aus dem Laden. Wobei, brauche ich gerade eh nicht. Was, man euch im Mörder? Da. Ja, dann zieht durch, Jungs. 18 Stück. Alles verbrennen. Dafür sind die halt auch da, ne? So. Katapulte. Ich glaube, ich muss jetzt auch einfach mal Mut zur Lücke und, äh, vorrücken, weißt du? Mein Bogen ist neuer. Guck mal, euch packe ich jetzt einfach mal nach da unten. Äh, ihr kriegt so eine kleine Begleittruppe mit. Ähm, genau. Und ansonsten hier dahin. Und dann werde ich einfach vor Ort die Katapulte produzieren. Ich glaube, ich baue hier, ich baue hier tatsächlich stationär Trieböcke. Oder? Ja. Trieböcke oder? Nee, schon richtiger, ne? Ich habe genug Steine. Ich habe wirklich genug Steine. Ihr könnt auf uns zählen. Die Arbeit war eingestellt, mal. Alter, Junge. Euer Gnaden. So. Zur nächsten Angriffswelle haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit. Alter, Nasir macht einfach Gold. Versteht ihr, wie ich meine? Er macht Gold. Aber den werden wir wieder, wie üblich, einfach mit Katapulten wegswämmen. Richtig so den Erdboden gleich machen. Wir stehen zu euch. Wie man das halt kennt, ne? Zwo. So. Das Volk hat eine hohe Meinung von unserer Schatzkammer lehrt sich. Gut. Mehr Religion und mehr Beliebtheit kriegen wir auch nicht hin, ne? Nee. Okay. So. Aber wenn ich hier angucke, das wird schon richtig gut gemacht. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ich könnte natürlich auch versuchen, mit den Ballisten die Türme zu clearn. So, jetzt habe ich vier Katapulte. Das reicht. Damit rücken wir vor. Damit rücken wir vor. Dann können wir schon mal Stress machen. Der Herr ist allgegenwärtig. Oh, die sind ja knifflig. Aber okay. Dafür habe ich ja die Ballisten. Sehr wohl. Ja. Ihr könnt auf uns zählen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir stehen zu euch. Katapult wird bewegt. Wie weit? Katapult wird bewegt. Wie ist es? Generell mal alle Ballisten vielleicht auch auf eins. Ja, mein Freund. Und euch auf zwei. Ein unmögliches Ziel. Katapult, bereit. Ihr seid ihr recht, grüßte Herrscher. Drei. Drei können. Machen wir noch ein bisschen. Katapult wird bewegt. Katapult, bereit, mein Lord. So gut wie erledigt. Balliste, bereit, mein Lord. Katapult, bereit, mein Lord. Jetzt machen wir ja mal Pressing, ja? Gegen... Die Lane muss ja auch nach vorne gespielt werden, sage ich immer. Euer Gnaden. Wie kann ich helfen? So. Genau. Wie kann ich helfen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Balliste, bereit, mein... Eine Nachricht von Vasir. Lasst meine Burg in Frieden, Elender. Wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, mein Lord. So gut wie erledigt, ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Balliste, bereit, mein Lord. Oh, oh. Katapult, bereit, bereit, mein Lord. Hm? Gut. So. Oh, oh. Aber er verliert ja auch Gold, ne? So ist ja... So gut wie erledigt, bereit, mein Lord. So. So gut wie erledigt, Balliste, bereit, mein Lord. Katapult, bereit, mein Lord. Balliste, bereit, mein Lord. Hier stehen zurück. Nochmal Ballisten. Ich darf jetzt nicht irgendwie auch meine Defense vernachlässigen. Einmal anzünden, bitte. Ist jetzt wichtig. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Okay, jetzt... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Balliste, so gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Wie sieht's mit seinem Gold aus? Geht rapide runter. Geht rapide runter. Ich muss jetzt einfach nur, glaube ich, mit Ballisten durchziehen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Alter, wo zimmern die denn hin? Uh, uh, uh. Aber, die brennen jetzt. Die brennen jetzt richtig. Okay, Pressing. Wir brauchen jetzt Pressing. Jungs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die rennen mir einfach hier in die Belagerungssachen. Straft sie ab. Knüppelt sie runter. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben's gehalten. So. Ach du Scheiße, das sind jetzt aber auch echt deutlich weniger, ne? Okay, aber das schadet ihm richtig heftig. Wir brauchen jetzt aber auch echt mehr Mönche. Das ist nicht gut. Haben wir, haben wir, haben wir. Abfahrt, Abfahrt. So gut wie erledigt. Katapult bereit, Meilor. Oh shit. Das war falsch. Ich bin nur zwei. Katapult bereit, Meilor. Okay. So gut wie erledigt. Katapult bereit, Meilor. Gehen wir, Brüder. Eins. Zwei. Katapult bereit, Meilor. So. Katapult bereit, Meilor. Ich hab nur noch zwei Katapulte. Krass. Balliste bereit, Meilor. Ist hochgekurbelt. Nur mal anzünden, wär ganz geil. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Die schicken wir nach. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil das hab ich ein bisschen vernachlässigt. Schlange, ihr tut also recht, sie zu fürchten. Der schon wieder, ne? Macht immer so einen Stress. Katapult bereit, Meilor. Hä? Ich hab doch vier Katapulte. Warum? Katapult wird bewegt. Ich tu nicht hilf. Katapult bereit, Meilor. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Hey, bitte wieder zurück. Katapult bereit, Meilor. Hier ist auch gut wie erledigt. Hier ist auch gut wie erledigt. So. Hier gerne mehr. Das Gute ist aber, das ganze Feuer konzentriert sich jetzt dahin. Na, das muss man auch bedenken. Ach, guck mal, hier stehen 46. Ja, moin. So, das müsste er bereichen. Hoffe ich. Hoffe ich. Katapult bereit, Meilor. Eine Nachricht von Nazir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht? Okay, das sind richtig viele Hunde. Oh, du Kacke. Aber... Die leiden auch. Muss man auch sehen. Die leiden auch. Muss man sehen. Okay, sollte reichen. Sollte cool sein. Die Ballisten sind richtig dezimiert worden. Was? Ja, das ist jetzt das Problem, weil ich noch nicht genug Ballisten hatte. Aber er hat 6.000 Gold noch. Okay. Ach, die da. Och, nee. Die macht die die ganze Zeit weg. Scheiße. Eine Nachricht von Vasily. Okay, ist weg. Geil. Zündet doch immer alles an, Jungs. Was ist denn euer Problem? So, aber hier ist alles gut, ne? Ja. Ich könnte da als Mönche richtig viel reinschicken. Oder? Ich glaube, das wäre schon ganz ordentlich. Okay, ich habe wieder 10 Stück. Gut. Dann machen wir noch einen Katapult. Kein Gold. Gut. Dann machen wir das so. Euer Gnade. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Eier. Okay. Genau. Ihr knallt hier richtig rein. Wir geben hier ein bisschen Gas. Und machen hier sowas präventiv schon mal weg. Vielleicht einfach mehr mittig positionieren. Dann können hier auch die Häuser mal angezündet werden und so. hochgekurbelt. So, nehme ich. Kenne die da? Die? Ja. Sehr gut. So, jetzt einfach aggressiv. Genau. Schön. Schön aggressiv. Sag bitte. 5000 Gold. Okay. Ja, es ist fordernd mit den neuen Settings. Allerdings, ich habe jetzt auch ganz gut Gold. 500 hatte ich gerade. So. Nee, die wollte ich da weiter. So. Dann mal weiterzimmern. Vielleicht der da auch mal. Das ist, glaube ich, auch ganz nice. Oh. Balliste. Bereit mal geben unser Bestes. Die, ne? Eine Nachricht von Basir. Zerstreut eure Traum. Nein. Was machen die hier vor meiner Burg? Die hier machen ein bisschen Ramazammer, Digga. So. Vielleicht. Ei, 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 siehst du? Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Kornspeicher ist voll. Natürlich, hört man eigentlich gerne. Oder? Würde ich sagen. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Balliste. Bereit. Katapult. Bereit. So gut wie erledigt. Bereit. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Sehr gut. Jetzt brennt er wieder hoffentlich alles gleich. Balliste. Katapult. So gut wie erledigt. Jetzt kann ich eigentlich rein mit Mönchen. Ja, mache ich. Abfahrt. Dann haben wir den jetzt. Glaube ich. Hoffe ich. Müssen wir mal gucken. Ja, der hat noch sehr viel auf dem Ofen, ne? Das sieht man ja. Hier, der hier zum Beispiel. Hier seid ihr zweitgrößte Herrscher. Katapult. Bereit. 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 Ich habe ja hier auch ein paar Mönche noch. Aber das reicht halt nicht, ne? Vielleicht da einmal noch mal anzünden. Geht das? Ja, ja, oder? Ich glaube. Kriegt das Schaden? Ja, oh, schön. Ja, der ist jetzt richtig am Ende. Katapult. Bereit. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Katapult. Bereit. Bereit. So, den noch weg. Das wäre großartig. Katapult. Bereit. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So, ich muss aber auch nachproduzieren. Sonst habe ich hier ein Problem. Eine Nachricht von Vasieren. Wir sind schwach, aber bald werden wir stark sein. Sehr wohl. Katapult. Bereit. Bereit. Katapult. Bereit. Bereit. Ja, mein Freund. So, mit Gott. Wie kann ich helfen? Wer die? Na gut. So, jetzt müssen wir halt aufpassen, dass sie hier nicht wieder was anzünden. Aber das sieht ganz gut aus. Sonst würde es schon brennen. Auch wenn wir den haben, wäre schon richtig gut. So, jetzt muss ich aber hier auch... Oh, oh. I knew it. Aber das ist dann der Trade. Das ist dann der Trade. Okay, einen haben wir. Einen haben wir. So, ich habe jetzt ein Meeting. Aber da würde ich jetzt einfach mal frech, wie ich bin, sagen... Jo, Adi, ich bin gerade noch in der Stronghold-Aufnahme. Aber ich bin nach Viertelstunde fertig, denke ich. So. Okay. Ja, mein Freund. So. Jetzt haben wir... Gar keinen Stress mehr. Gar keinen Stress. Null. Quasi. So. So. Gut. Oh, pass mal auf, das ist hier nicht zu nah, ne? Theoretisch können wir jetzt hier auf Big Baba einfach mal Aufstellungen machen. So. Wie machen wir das mit den Gräben? Also, im Grunde brauchen wir hier nur einmal... Hm. Ja, gucken wir mal. Alter, wir haben recht viel Gold, ne? Okay. So. Hier machen wir dicht. Falls ihr irgendwie Kurven hier macht. Das war kein Schabernack. Guck mal, da oben, ne? Da ziehen sie lang, die Schweine. Ja, ja. So. Okay. Juti. Euer Gnade. Es werden Rekruten benötigt sein. 15. Guck mal, wie sehr lang kriechen, ne? Wir stehen vor. Der Kaliste, bereit. Eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar. Wird der Tod über euch kommen. Alter, warum crossen die hier gerade jetzt? Wir werden überfallen. Geben wir Brüder. Balliste, bereit. Mal laufen. Der Herr ist... Wie sie einfach neben mir stehen. Höh! Wie können wir helfen? Ihr könnt auf uns zählen. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir stehen einfach neben ihr. Wir stehen zu euch. Ganz entspannt. Das Pult wird bewegt. Balliste, bereit. Wir geben unser Bestes. Euer Gnaden. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Ja, gut. Können wir den hier eigentlich machen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Alter, 100 Bögen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, ist doch gut, Jungs. So gut wie erledigt. Eine Nachricht von Nasir. Und wenn ihr uns eine Hand abschlagt, haben wir immer noch eine andere. So gut wie erledigt. Das soll konstruiert werden. Konstruiert. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch? Wovon redest du, Bruder? Du bist komplett am Arsch. Ich bin im Kommen. Ey, am. So. Wo denn? Wo? Aha. Aber ich habe hier Patrouille. Das ist gar kein Problem. Jetzt buddeln die hier so frech wieder. Ja, die paar Mönche, die können auch ruhig Kanonenfutter sein. Das ist mir recht. So. Steine haben wir halt immer noch so viel, ne? Beeindruckend, danke. So. Ja, mein Freund. 18. Katapult, was belegt? Katapult, bereit, so gut wie erledigt. Wer schießen hier? Hä, wer schießen? Na gut. Alter, was hier reingespampt wird. Das ist wunderschön. Katapult, was belegt? Wacklich wie erledigt. Haut einfach mal rein, Jungs. So, was hat er an Gold? 50. Ja, aber dann musst du auch erstmal wieder gegenbauen, ne? Das ist halt seine Challenge, denke ich. Komm, volles Risiko. Na, voll, vielleicht nicht. So, ein bisschen Rückhalt ist nice. So, bitte weiter feuern, was ist los mit euch? Haut rein da. Schön in die Eko rein. So, dann hier nochmal. Einfach rein, Jungs. Schön reinschütten, ne? Balliste, bereit, my lord. Die Waffenkammer ist katapult, bereit, my lord. So. Achso, er war ja hier. Bin zur Stelle. Wir benötigen mehr Gold. Katapult, bereit, so man tun soll. Der bitte. Schön. Na, er baut schon die ganze Zeit alles wieder auf. Aber er schwitzt. Ich rieche es. Ich rieche es. So. Jetzt machen wir nämlich einfach mal ganz frech den hier. Und den hier. Und jetzt rücken wir hiermit auch vor. Und machen einfach mal ein bisschen Fokus. Fire. Need assistance. Versteht ihr? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Mhm. So gut wie erledigt. So und jetzt können da einfach mal alle Mönche reinlaufen, denke ich. Und dann gucken wir. Wir stehen zu uns. Die schwarzen Mönche sind bereit. In Bewegung. So. Ja, mein Freund? Ja. Ruhe da bitte. Oh, Scheitel gezogen. So, jetzt. Schön. So gut wie erledigt. Eine Nachricht von Nasir. Ich schneige mich im Wind wie das hohe Ufergras. Eure Befehle? Rücken aus. Ja, da verrecken schon viele Mönche, muss ich auch sagen. Aber irgendwie ist es ja auch schön. So. Können wir jetzt bitte einmal... Ja, jetzt Engel machen? So irgendwie Kornspeicher. Irgendwas, was richtig wehtut. Also, was machen die Mönche? Achso. Das Tor. Ja, klar. So gut wie erledigt. Bravo. So gut wie erledigt. Oh mein Gott. Ja. Das war's ja wohl. Hallo? Oh, der hält's drauf. Geht. Alle Bogenschützen Schrott, ne? Sehr gut. Mach dich wie ein Kaltenhaus. So. Ist natürlich auch ganz schön hier alles, wie es brennt. Ja. Das Problem ist... Das sind echt richtig... Also, der hat so viel Gold. Der kann die einfach nachbauen. Ja, da vielleicht Ritter. Guck mal, wie schnell der alles wieder hochbaut. Das glaubt man doch nicht. Also, glaubt ihr das? Nervig. Okay, ich brauche einfach massiv viele Ballisten. Ich habe kein Gold. Alles verpufft. Ich habe gerade alles reingeintert, weil ich so safe war. Dass es das jetzt war. So gut wie erledigt. Jetzt muss ich dem echtes Gold ausziehen, ne? Aber er hat auch echt viel Gold verloren. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Ein guter Markt. So gut wie erledigt. Wackelig wie ein Kaltenhaus. Ey, das ist doof. Katapult bereit, mein Lord. Ja, ist das doof. Also, ich muss halt so viele Ballisten haben, dass er, äh, die hier nicht auf dem Burgfried stacken kann. Boah. So gut wie erledigt. Boah. Das ist natürlich eklig. So, Treffer. Schön. Katapult wird bewegt. Brennt halt immer noch, ne? Ist ganz nice. Okay. Das heißt, wir machen jetzt einfach ganz viele Ballisten. Wir haben doch echt viele Bogenschützen. Von euch vergessen. Boah. Boah, hat der viel Gold. Ja, hier wären Schwertkämpfer jetzt halt wirklich gut gewesen. Schließlich, wie ein Kaltenhaus. Ei, ei, ei. Wir benötigen mehr Gold. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Katapult bereit. Meilor, so gut wie erledigt. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ei, ei, ei. Katapult soll voll. Wir geben unser Bestes. Gott sei mit Ihnen. Der Kornenspeicher ist voll. Also ab jetzt. Mist, ey. Er hat wirklich so viel Gold jetzt ausgegeben. Aber es reicht halt nicht. Das ist halt das Bittere. Es reicht halt einfach nicht. Es ist so heftig. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Wackelig wie ein Kaltenhaus. Ich habe das Gefühl, mein Stein geht bald aus. Ja. Ach Gott. Und Holz auch. Dann wieder ins Lieben. Aua. Meine Uhren. So. Hier können auch jeden Moment richtig viel Meuchemörder kommen, ne? Rein theoretisch. Mathematisch. Es werden Rekruten benötigt, seien. Es werden Rekruten benötigt, seien. Katapult bereit, Meilor. Hm. Katapult bereit, Meilor. So gut wie erledigt. Wie die da alles reinheizen. Ach, schön. Alter, ist das dumm. Katapult bereit, Meilor. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. So. Mein Bogen ist euer. Weil es nicht ist. Ne? Katapult bereit. Der Kuhi erledigt. So. Sobald ich Holz habe. Ach, guck mal. Katapult bereit, Meilor. Angenehm. Was habe ich denn hier noch? Gar nichts, ne? Ich habe ein bisschen Schiss, dass hier jetzt richtig viel Meuchemörder kommt. Dann bin ich richtig am Arsch. Dann tönt er das hier noch. So gut wie erledigt. 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 Sehr gut. Bitte keinen. Bitte nicht abreißen. So einfach lassen. Sehr gut. Katapult bereit, Meilor. Sehr gut. So. Vortrefflich. Slow and steady. Leider. Ich dachte ich kann ihn jetzt richtig überrennen. Nein. Eure Befehle? Ihr seid der größte Herr. Ach krass, der kann den doch. Also das ist ein Mythos, ne? Wobei, vielleicht habe ich den random getroffen. Eieiei. Okay. So. Immer ein bisschen Aggro. Okay. Was mit meiner Beliebtheit? Warum geht die runter? Achso, ich habe 20. Okay. So. Holz. Ja, ja. Machen wir. Alles cool. Ihr werdet jetzt gesleept. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Bin zur Stelle. Ein paar Bogenschützen an die Front. So gut wie erledigt. Ich brauche mehr Stein. Ich muss mehr Stein produzieren. Hilft nichts, ne? Okay. Aber ansonsten löpt es ja. Ich meine... Wir stehen zu euch. Ja. Ich denke doch. Ja. Ich brauche halt Steine. Hätte ich richtig... Hätte ich unendlich Steine, hätte ich... Ein, zwei Probleme weniger. Vielleicht kann ich vorsichtig voran und hier so ein Haus anzünden. Weil wenn er immer wieder brennt, ist schon echt worth, ne? Muss man sagen. So, da war vielleicht... Ganz vorsichtig. Das wäre geil, wenn wir das angezündet bekommen. Das wäre echt gut. Das wäre auch wichtig. So, das vielleicht erstmal. Wir werden überfallen. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Mein Spalter ist voll. Ja. Mensch. Schön. So gut wie erledigt. Wo hat der Sinn seinen... Ja gut, er kauft das dann eh alles ein, ne? Boah, er hat aber echt weit weg. Noch ein Versuch? Komm. Einmal ist keinmal. So. Dann bauen wir jetzt einfach noch ein paar mehr. Ja. Lagerungsgeräte. Balliste, bereit, mein Lord. So gut wie erledigt. Balliste, bereit, mein Lord. Schön. Oh Gott. Ist hochkatapult wie erledigt. Bereit, mein Lord. Ja. 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 Schnell. 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 Ich könnte hier mal greedy, wie ich bin, ein, zwei Durchgänge machen. Das war echt greedy, ne? Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja, mein Freund. Mit Gott. So. Ja, ist greedy. Aber ist egal. So, das ist richtig nice. Weil wenn ich den gebürnt bekomme, durch... Voila. So. Er muss halt brennen. Und parallel muss ich halt so Luftwurheit irgendwie haben, ne? Weißt du, wie ich mein? Geil, könntet ihr die treffen. Hier auch so ein bisschen die Eko beschädigen, ne? Aber das ist ja wirklich alles kaufen muss. Das Schwein. So. Können wir nochmal direkt nachtreten? Achso. Au. Ja. In Bewegung. Wir werden überfallen. Katapult bereit, mein Lord. So gut wie erledigt, ist hochgekommelt. Na komm. Gib, gib, gib. Gönn, gönn, gönn. Gönn! Unmögliches Ziel. Ein Nachricht von Nasirwitz. Und wenn ihr in früher Hand abschlagt, haben wir immer noch eine andere. Bogenschützen bereit. Katapult bereit. Malone. Bereit, Malone. Katapult bereit. Malone. Malone. Das ist doch gut wie erledigt. Ei, 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 ei. Ist ne Drucksituation, ne? Gebe ich zu. So. Wo haben wir hier Stein? Da noch. Die Frage ist, ich seh halt nicht, wie viel die da im Lager haben. Nein. Die haben das Lager nämlich nicht voll. Ne, überhaupt nicht. Gut. Dann mehr. Ihr könnt das nicht dort so zieren, mein Lord. Von denen hier ein paar. Kornspeicher ist ja eh voll, ne? Haben wir ja gehört. Ihr könnt das nicht dort so zieren, mein Lord. Dann sehen wir hier auch die Mäuchenmörder kommen. Wir benötigen Holz. Katapult bereit. Malone. Malone. Ein unmögliches Ziel. Ein unmögliches Ziel. Katapult ist hochgetrubelt. Malone. Oh, schön. Schön. Wir benötigen Steine. Mein Bogen ist euer. So. Mein Herr. So. Ihr könnt auf uns zählen. So. Okay. Hier brennt es wieder. Wie viel? Wie viel? 18.000. Mein Gott. Er ist unfassbar. Das ist unfassbar. Okay. Mehr Bogenschützen noch. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Waffen benötigt. Ich hab doch alles. So. Brennt weiterhin alles. Ist gut. Ist wichtig. Theoretisch könnte ich jetzt nochmal versuchen. Weil es brennt ja gerade davor. Dann kann er die nicht nachproduzieren. Nee, 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 nee. Nee, das ist dumm. Glaube ich. Nee, das war dumm. Nee, das war dumm. Hör auf. Ruhe. Pst. Da hab ich jetzt ein paar verloren. Aber ist okay. Treffern. So. Okay. Hier kommen noch ein paar. Die Deffen oben. Mein Gott. Ja, das Problem ist einfach, ich krieg ihn nicht gefinisht. Also gut, warte. Wenn ich ihn durchgehend angezündet bekomme. Ich breite fucking Steine, ey. So. Der da. Der muss weg. Ist ein Dorn bei mir im Auge? Bin ich early? Ich hab den Scheiß jetzt hier drauf. Ich hab den doch am Arsch. Dann können die hier schön Fluglinie rein ins Lager. Okay. Gut. Abfahrt. Sehr gut. Geknackt. Anzünden. Bisschen. Brennen. Sehr geil. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Planen bitte anzünden. Da ist so ein Brunnen, der muss weg. Brunnen ist wichtig. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Eure Befehle? Rücken aus. Katapult bereit. Meilor. Ah. 12.000. So. Der Brunnen bitte. So gut wie erledigt. Ballisten. Bereit. Ist hochgekorbelt. So. Die werden jetzt weggehagelt von meinen Brunnen schützen. Geil. Hoffe ich. Okay. Der Brunnen ist weg. So gut wie erledigt. Ich überlege gerade Ballisten. Warum auch immer. Balliste. Bereit. Meilor. Katapult bereit. Meilor. Also was ist der andere? Man muss sich mal vorstellen. Einzungen-Bogenschütze kostet glaube ich 75 Gold. Es hört auch einfach nicht auf. Katapult bereit. Das ist insane. So das haben wir. Alter wir haben 2000 Gold. Ich bin einfach nur am Micromanagen. So. Dann können wir jetzt gleich nochmal Richterandale machen. Diese Scheiß-Torne. Wie viele Steine hat er denn? Er zünd den Laden an. Gut. Balliste. Balliste. Bereit. Meilor. Okay. Der greift da oben welche an. Auch krass. Bereit. Meilor. Ist hochgekommen. So gut wie erledigt. So. Ja es brennt wieder. Sehr gut. So gut wie erledigt. Das ist immer gut. So. Jetzt könnte ich probieren. Ja. Wir machen erstmal ganz viele Ballisten noch. Für massiv Lufthoheit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Aber das reicht. Katapult bereit. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Okay. Jetzt müsste er wirklich. Ja 6000. Abfahrt. Wie kann ich helfen? Nochmal drei. So. Jetzt 10 Millionen Mönche bitte. Ja. Ist cool. Ist cool. Ah 46 noch. Ich liebe es wenn da ein paar geparkt sind und man die entdeckt. So. Jetzt müsste ich ja auch langsam richtig Steine haben oder? Ja ja ja. Guck dir's an. Guck dir's an. Okay. Jetzt vielleicht ein bisschen schaufeln. Was tut man nicht alles? Ein bisschen schaufeln. Und ihr gibt Rückendeckung. Das ist natürlich jetzt ein großer potenzieller Int. Aber wenn die Ballisten jetzt in Stellung kommen. Dann könnte das schon klappen. Glaube ich. Und hier wird gebuddelt. Ich sag wie's ist. Auch wenn die dabei natürlich despawnen. Man kennt es ja. Aber wenn wir die Stelle da kriegen. Ja. Das wär geil. Dann gehen wir rein und bringen ihn um. Ja. 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 So. Macht Aggro. Ihr benötigt Steine. Ist mir egal. Stirbt der? Natürlich nicht. Aber. Dann klären wir das mit Katapulten. Bin ich ehrlich. Okay. Da kommen Mäuchemörder entgegen. Ich sag nochmal ne kleine Nachhut. Ich glaube das sollte klappen. Krass dass er die produziert bekommt. Weil die müssen alle übel verbrennen gerade oder? Warte mal. Das Problem ist. Hier brennt alles. Hat er richtig gecleared hier alles ne? So. Wir helfen ihm mal. Ne wir gehen jetzt rein. Ah ne ne. Gehen wir nicht. Scheiße. Och. Jetzt hört er auf zu brennen. Katapult bereit. Meilor. So gut wie erledigt. Ist das dumm. So. Jetzt. Komm wir probieren einfach mal. Und der Ende ist gekommen. Es rast auf euch zu. Könnt ihr das schon mal machen? Und falls es nicht klappt. Wir sind jetzt dran. Doch doch doch. Da kommen welche hin. Hoch 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 hoch. Prügelt ihn weg. Ja komm. Ich bin es. Ja 15 Minuten waren es nicht. Aber es war geil. Es war geil. Alter. Nen 50.000 Goldnasieren niederzuregen. Ist halt wirklich krampf. Digga. Die Spam da entgegen. Ja. Okay. Das war ne weitere Runde. Stronghold Crusader. Wir haben gar nicht mehr so viele Missionen. 76. Mitm Wolf. Long not see aller. 20.000 Gold Wolf. Als Verbündeten. Man kennt ihn. Boah 7.000 Gold haben wir. Das ist ja richtig geil. Gucken wir mal kurz rein. Ja wir haben ja alles. Ey. All green. Holz könnte ein Problem sein. Aber dann mach ich einfach hier dicht. Geil. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal Freunde. Tschüssi. пом turnover. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.